also was ist passiert seit letzter woche ich habe noch mehr akkas und rpk was machen wir heute wir haben missions und zwar einerseits brauchen wir car batteries und wo findet man die am besten interchange da brauche ich 15 mal tushankas wo findet man die am besten und regmann hat auch ein haufen zeug auf hinter change also gehen wir dahin jetzt kommt die richtig große frage auf interchange ob ihr überhaupt was seht oder ob ich gamma hochdrehen muss aber wenn wir schon hier sind dann können wir direkt mal gucken wegen tushankas ok also schon keins ach scheiße ist ein humpback ach so was mag es eine der drinks sind auch ziemlich cool by the way am besten trinkt ihr die weil ihr kriegt einen debuff und das levelt den skill gegen die bachs ich weiß gar nicht mehr welcher das ist aber zum beispiel dass er propitaler nicht zum krassen nebeneffekt hat easy easy 246 also okay weil wir das jeden raid haben und jeden raid überleben ja durch die läden müssen wir auch noch vergessen welcher alter völker gucken wie der laden heißt wie viel hält denn der aus 150 damage absurd bei arma das war bs was hat der für eine rüstung und auf ein neues 1 mit der stelle ich mit der menge an essen die hier hinten ist wieso hat der pmsc nicht so ein übergewicht step also dich einfach in der ecke setzen kannst und fressen da wirst du aber richtig dick also ich kann ja auch dann so bullet resistance plus zwei haben also hier geht mir so auf was das für einer mk 47 und ein tc 800 helfer kann ich mir egal wir müssen glaube ich da rein oder nicht doch ja natürlich auch schon wieder eine leiche sehr beruhigend der kia der griff ist cool ich glaube ich bin dead boah der pusht mit einer nade oh nade ist bei mir oder ungelogen das ist unangenehm mir geht halt die muni aus ah weißt du was hälfte feuer alles oder nix babababa ah gott eine mp7 nutzt der junge euch hat langsam mal muni ja da hat mir die meisten probleme bereitet der werf 69 hat aber eine hübsche mpx und du hast hier und du hast du alles voll alp ap geladen so dann gehen wir kurz verkaufen und kommen gleich wieder rein ah scheiß drauf wir haben eine mission batteries nö battery battery nein die gerade schlecht aus für batterien so einmal bs bitte alles klar vor diesen raid habe ich echt kein glück soll es das gewesen sein zwei tushonkas ja gut aber wenn ich sowieso noch zwei drei tushonkas habe dann da können wir auch die läden untersuchen gehen dann ist es nicht so schlimm wenn ich sterbe ah muss ich noch in trend muss ich glaube auch rein ich glaube die haben mich auch gehört ja ist eine faire einschätzung holi hat der echt nochmal gepiekt mit einer nade m995 aha hat der echt nochmal gepiekt obwohl eine nade vor seinen füßen lag die hat mir echt direkt durch die wand eine gegeben ok nevermind so ein premium spawn vielleicht kriegen wir ja was dickes hier drin was schönes nein nein auch nein nö 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 ja äh jetzt auch nichts gespawnt ich habe das gefühl Tarkov gönnt mich heute nicht ne so wo sind die leute safe room nicht ok oh oh ich bin hier mitten rein gelaufen von wo von wo von wo Nein, 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 das will ich nicht. Stopp die Bluto, bitte. Ich sterbe hier. Ja, mir geht es richtig gut. Scheiße, ey. Welcher Station war das doch gleich? Erst mal eine Spontanblutung. Jetzt haben wir einen Charakter so am Arsch. Oh, das ist ein Spieler. Ich höre einen Sneaken. Alter, ich höre gar nichts. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Scheiße. Alter, dieses Motorrad hat mir das gerade richtig ruiniert. Ah, Alter. Never mind. Kann ich so unterschreiben. What? Was hatte der vor? Ein Pist... Oh mein Gott, yes. Oh nee, hat er genau die gleiche Mission wie ich und... Oh nee. Das tut mir jetzt fast leid. Oh, guck mal, wie langsam ich gehen muss. Okay, es sieht gut aus. Oh mein Gott, bitte nicht. Ich habe den Exit nicht. Ich habe den Exit nicht. Oh no. Oh, ich habe so einen weiten Weg vor mir. Guck mal, ich habe jetzt gerade anderthalb Minuten. Oh. Bitte nicht, geht weg. Ah. Ist die auch leer? Nee. Ich bin gerade maximal... Oh! Oh! Okay. Also, wir sind auf Interchange gegangen, um eine Car-Battery zu suchen und Tushankas. Und das einzige, was ich hier finde, sind PMCs. Ein Hatchling-Runner. Hm. Nö. Er chillt dahinter. Er hat mich echt gesehen. How? Hey, guys. Hier für heute Nades. Wieso ist meine Waffe stuck? Ich kann... Meine Waffe! Ich kann meine Waffe nicht mehr... Was ist los? Ich kann auch... Was ist das? Ich kann sie auch nicht auf den Boden schreißen oder so. Als hätte mich jemand irgendwie komplett aus dem Spiel ausgeschlossen. Kann ich heilen? Ne, kann ich auch nicht. Ich kann nichts mehr machen. Ah, ja, genau. Hä? Hä? Was war das für ein Sound gerade? Wie, ich bin tot. Ich habe heute 2 Millionen Rubel verloren. Für 13 Tushankas. Craften wäre billiger gewesen. Ja, wenn es halt in Raid nicht will, dann machen wir das halt, ähm, so, ne? Bauen wir Jen dafür. Bauen wir Jen dafür. So, das sind die Tushankas. Und, ähm... Car Batteries. Daher. Ja, daher. Daher. Bauen wir uns.